einen wunderschönen guten tag liebe menschen ich ziehe noch mal einmal kurz das mikro hier näher zu mir oder würde ich sagen fangen wir an mit einem neuen projekt ich habe minecraft schon auf einem alten pc gespielt mit sehr wenigen fps weil das war ein laptop und es war alles doof jetzt kann ich in höchsten grafikeinstellungen gut spielen ich hoffe das klappt mit der aufnahme auch wenn ich muss ich die grafikeinstellungen hiervon ein bisschen runter schrauben leider wird es nicht im account gespeichert das spielfortschritt schon irgendwo auf lokalen detail ich habe es gerade mal angespielt um mit der steuerung aber vertraut zu werden ich gestell mir jetzt aber einfach einen neuen helden und da fangen wir noch mal von null auf an und vielleicht kommen die ist immer den tag an den keinen will keine videos kommen oder schief mal zwischen rein ich weiß es nicht jedenfalls stellen muss man hier neuen hält jetzt brauchen wir natürlich ein skin ne ich finde es immer so doof dass mir keine eigenen skins nehmen darf aber so wir spielen offen wir spielen allein heute vielleicht spielen wir auch mal wieder mit kombi weiter weil mit ihm spiel ich eigentlich gefühlt immer wenn ich meine das dorf brennt das ist ohne zweifel das werk des erz erz gewesen sie überziehen das land wie ein alles verschlingen der flächen brand und hinterlassen eine spur der verwüstung die zeit für helden wie dich ist gekommen das ist ja schön beeil dich die bewohner brauchen dich das ist schön sagst du es doch was ich war in dem spiel auch fast fertig ich hatte glaube ich nur was hat mir denn gefehlt ganzen extras und runden haben auf jeden fall gefehlt ja es ist okay ich habe es kapiert da wird halt was geblinkt immer gut nochmal extras findet ich habe auch keinen bohren mehr ich habe weder bohren noch pfeile das ist auch gut dann gehen wir mal hier durch ich weiß nicht ich werde es hier nicht so versprechen können ganz kurz für die zuschauenden vielleicht ich habe meine pflanzen schon mal gespielt also kann ich so einigermaßen die steuerung mit links klick kann ich sagen wo ich hinlaufen wenn ich nicht gedrückt gedrückt hat kann ich halt rumlaufen und mit rechtsklick kann ich schießen ich habe es aber gerade noch 39 pfeile deshalb ja hier so vielleicht halt mit rechtsklicken wohin kriege ich dich dahin also schön dass man für die zeit regeneration bekommt in der ein nichts angreift finde ich immer das ist ja wieder super ich habe noch gar nicht wo ich hin muss hier oben muss ich hin glaube ich habe noch echt keine kraft hier in dem bingendem ich finde ich habe es schon kapiert dass ich weiter weg kann Ich kann mal belegen, ob ich verzaubern soll oder nicht. Ich weiß, wie ich ausrüste. Ich weiß auch, wie ich verzauber. Ich brauche nur ein Verzauberungspunkt. Drei Schaden pro Sekunde. Wahrscheinlich geht es nur ein Prozent. Dann machen wir einfach immer das. Ich würde immer sagen, wir machen pro Video wahrscheinlich eine Prüfung oder so. Also eine Stage oder vielleicht auch wenn es nicht groß ist, nicht eine ganze. Aber hier die Tutorial Stage würde ich einfach mal komplett machen in dem Video. Es könnte ein längeres Video werden, aber ich drücke auf Daumen B, A, S, D. Ich bin noch so im Minecraft-Ding drin. Wahrscheinlich kommt das Video hier am Montag, ich bin mir nicht sicher. Ja, wahrscheinlich kommt es am Montag. Samstag, Sonntag habe ich schon ein Video. Ah, guck mal, hier ist das Lager. Wir haben es schon geschafft. Zur Folge, wir haben es geschafft. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Das ist doch schön. Jetzt bin ich in der Lage, jetzt kaufe ich mir noch ein paar, ein, zwei Sachen. Dann habe ich ja endlich die Folge. Ich kann mir doch gar nichts kaufen zu früh. Ich kann mir das drücken. Das ist wirklich nichts zu früh. Und... Dann... Uhhh... Oh, leider... Nein, nein, nein. Ist er hier hoch, ist er hier hoch. Ich denke mich hoch... Ich bin hier hoch... Ich bin hier hoch, aha... Ah, falsche Richtung. Das ist auch also. Okay, ich kann hier nicht hoch. Habe ich hier drin eigentlich noch irgendwas? Ne, ne. Ich kann mein Scheiß nicht mehr kriegen. Hier komm ich auch noch nicht rüber. Hier komm ich auch noch nicht rüber. Hier kommen irgendwann nach Stromplatten hin. Ich will doch gar nicht mehr kämpfen. Ich will mir gerade mal kurz das Lager anschauen. Hinten müsste aber irgendwann noch eine Essenskiste sein. Aber hier kommen wir auch noch nicht rüber. So. Da hinten war noch irgendwo eine Vorratskiste. Ja Leute. Dann würde ich mal sagen. Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entweder Schmappsurfer oder im nächsten Tutorial. Oder im nächsten Minecraft Dungeons Video. Je nachdem was ihr gerne anschaut. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Und Bye. 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 ben